Charlie und die sonderbare Nachricht Das ist Charlie. Charlie ist gern im Internet unterwegs und tauscht sich mit Freundinnen und Freunden aus. So auch jetzt. Oh ne, was soll denn das? Unfair! Politiker beschließen. Sonntagsschule. Schülerinnen und Schüler der vierten bis sechsten Klassen erhalten ab nächstem Schuljahr jeden ersten Sonntag im Monat Zusatzunterricht. Das muss ich sofort den anderen zeigen. Ich leite es am besten an alle weiter. Charlie, was machst du denn da? Wieso? Davon sollten alle wissen. Das ist doch eine unglaublich gemeine Nachricht. Hey Charlie, was verbreitest du denn für Lügenmärchen? Lügen? Wieso? Das ist kompletter Unsinn. Ich habe die Meldung neulich auch bekommen. War total geschockt. Stellte sich zum Glück als falsch heraus. Also löschen. Und schreib den anderen nochmal, damit sie Bescheid wissen. Dein Freund hat recht. Das war eine Falschmeldung. Eine sogenannte Fake News. Oh ne, wie konnte ich darauf nur hereinfallen? Das ist wohl fast jedem schon passiert. Man fällt leicht auf so etwas herein. Im Internet kann jeder alles veröffentlichen. Kein Wunder, dass nicht alles stimmt. Fake News ist Englisch und bedeutet Falschnachricht oder Lügenmeldung. Mit Aufmerksamkeit und Köpfchen lassen sich Fake News entlarven. Das kannst du tun, wenn du auf eine ähnliche Nachricht stößt. Erstens, Köpfchen einschalten und nachdenken. Schockiert oder ärgert dich die Nachricht? Fakes werden extra so gestaltet, dass sie aufregen oder erschrecken. Daher nicht gleich alles glauben und unüberlegt teilen oder weiterschicken. Zweitens, die Quelle und den Verfasser prüfen. Wer hat die Meldung herausgebracht? Schau auf den Namen des Herausgebers, des Autoren und der Website oder Zeitung. Ist der Name im Impressum merkwürdig? Manchmal gibt es gar kein Impressum. Das sind Hinweise auf Fälscher. Namen bekannter Zeitungsmagazine werden leicht abgewandelt, damit man sie mit dem Original verwechselt. Rechtschreibfehler und übertriebene Großschreibung können auch auf Fakes deuten. Drittens, den Inhalt der Nachricht recherchieren und die Fakten prüfen. Schaue in Suchmaschinen nach, ob es zu der Meldung schon Entlarvungen gibt. Besuche Internetseiten, auf denen Fakes gesammelt und enttarnt werden. Mach dich schlau! Viertens, Bilder und Videos auf die Probe stellen. Gehört das Bild auch wirklich zum Text der Meldung? Oder hat hier jemand getrickst und sich das Bild aus einer anderen Nachricht geklaut, um die Falschnachricht glaubhaft zu machen? Na, wie wär's? Willst du testen, ob die Tipps dabei helfen, Falschmeldungen zu erkennen? Was denkst du, sind die folgenden Meldungen richtig oder falsch? Echt oder fake? Das finde ich heraus. Cola für Schüler Schülerinnen und Schüler sind in der ersten Unterrichtsstunde extrem müde. Daher sollen sie zukünftig morgens eine Cola gratis erhalten, um wach zu werden. Autor Konstantin Zuckerhut Quelle lustige-lehrer-schüler-scherze.de Echt oder fake? Das war ein Fake. Eine Flasche Cola täglich wäre wohl kaum das richtige Mittel gegen Schulmüdigkeit, oder? Hast du die Fehler im Text erkannt? Auch die Quelle und der Name des Autors sind merkwürdig. Und, ist das echt oder fake? Bürgermeister heiratet Krokodil. Diese Braut hat ziemlich spitze Zähne. Im mexikanischen Fischerdorf San Pedro Uamilula hat ein Lokalpolitiker ein kleines Krokodil geheiratet. Quelle Spiegel.de Das war echt. Diese Nachrichtenmeldung stimmt. Rechtschreibung und Stil waren korrekt. Eine bekannte und seriöse Quelle stand dabei. Weiter geht's mit dem nächsten Beispiel. Ist das echt oder fake? Achtung! Gefährliche Strahlen. Heute Abend von 0.30 Uhr bis 3.30 Uhr vergessen Sie nicht, das Handy, Tablet etc. auszuschalten und es von Ihrem Körper wegzulegen. Kosmische Strahlen werden nahe an der Erde vorbeikommen. Das war ein Fake. Solche Meldungen verbreiten sich über Messenger-Apps und soziale Medien rasend schnell. Sie sind erstunken und erlogen. Und dieses Mal? Ist diese Meldung echt oder ein Fake? Riesiges Kreuzfahrtschiff vom Stapel gelassen. Blamage. Der Bau des Luxus-Kreuzfahrtschiffs Avalon kostete stolze 1,5 Milliarden Euro. Nun lief es in Hamburg vom Stapel. Doch der Stapel auf Mist glückte vollständig. Das imposante Schiff verschwand sogleich in den Tiefen der Elbe. Und mit ihm ein Vermögen. Das war ein Fake. Das Bild zeigt die Titanic und ist viel älter als die Meldung. Es gehört ursprünglich nicht zu dem Text und wurde einfach frech mit dem Lügentext verbunden. Das waren einige Beispiele. Fakes haben viele Gesichter. Glaube nicht alles, was dir am Computer oder Smartphone begegnet. Es könnte ein Fake sein. Und noch ein Tipp. Recherchiere mit Suchmaschinen für Kinder. Hier erhältst du geprüfte Nachrichten und echte Infos. Ohne Lügen. Seitenstark macht Spaß und schlau. Klick dich schlau auf Seitenstark.de und das Bild ist immer noch nicht zu eigenünden. Durchwitfeier mit Sachrest. Basis. Warum? Ich bin doch so Livla. Ich bin ja, wenn ich nicht. Vielen Dank.